Nach geplatzter TV-Hochzeit, Gina-Lisa Lofink ist verliebt. Ist sie damit etwa vom Markt? In Sachen Liebe hatte Gina-Lisa Lofink 37, bislang nur wenig Glück. Zuletzt versuchte die TV-Bekanntheit, ihren passenden Deckel im Rahmen ihrer eigenen Kuppelshow bei Gina-Lisa-Leuten die Hochzeitsglocken zu finden, leider vergebens. Im großen Finale konnte weder Kevin Platzer, 25, alias Flocke noch Steffi Stark, 28, ihr Herz erobern. Doch nun scheint es für die Blondine endlich geklappt zu haben, Gina-Lisa ist vergeben. Die erfreulichen Neuigkeiten macht die 37-Jährige mit einem Schnappschuss auf Instagram öffentlich. Darauf präsentiert sie sich nämlich händchenhaltend im Wasser und verweist dabei auf den Liebessong Real Love von Mary Jane Blythe. Wer der oder die Glückliche an ihrer Seite ist, will Gina-Lisa aber offenbar erstmal für sich behalten. Im Interview mit Bild verrät die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidaten zumindest ein paar Details zu ihrer neuen Romanze. Ja, es stimmt, ich bin verknallt. Es geht schon länger und es ist ein echtes Gefühl, schwärmt Gina-Lisa und fügt hinzu, aber ich will meine Liebe noch ein bisschen beschützen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Vielen Dank.